Dass Winfried Herrmann so bewegt bei einem Termin ist, ist wirklich ein seltener Anblick. Heute hat der Verkehrsminister aber wohl einen Grund dazu. Er enthüllte die neue Dachmarke für den Nahverkehr in Baden-Württemberg. Mit dem passenden Namen, bewegt's. Nach fast 20 Jahren wird damit der Drei-Löwen-Takt abgelöst. Für Herrmann beginnt so eine neue Ära der Angebots- und Qualitätsoffensive. Ab 2019 sollen die Reisenden dann beispielsweise in klimatisierten und mit WLAN ausgestatteten Zügen ans Ziel kommen.